So, dann geht's mal weiter. Wir sehen uns bald wieder, ja? Ja, wir sehen uns, natürlich. Ich lass meine Karre hier stehen am besten. Na, hi! Wir sehen uns bald wieder. Gut, dann fahren wir mal dahin. Und beobachten mal die ganze Geschichte. Schau mal auf die Karte, kann ja nicht allzu weit sein. Da, da müssen wir... Swift-Cola, lecker! Ja, blinken hier! Was ist hier los? Ich glaub' einfach, dass mein Auto schnell genug ist. Penner! Dummer Sack! Lukas Wagen? Na, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Oh, ich wär wie beim ersten, also wie bei... ...wie beim Mafia 2. Eigentlich, dass du, ähm... ...dass du, ähm... ...wieder jemanden hast, der da irgendwie wieder abtrünnig wird, oder so. Ich verliere ihn. Ich verliere ihn. Vielleicht zu Bruce Keys, Schrottplatz? Oh nein, Mike hat mit so'ner Scheiße nicht so am Hut. Vielleicht zu Bruce Keys, Schrottplatz? Das habt ihr mich nicht schon bemerkt, jetzt. Das habt ihr mich nicht schon bemerkt, jetzt. Clementis Schlachthof, na klar! Eddie hat wohl recht. Okay, ich muss unbemerkt da rein. Die Kanalisation, das könnte klappen. Schatze, das kann ich aufbrechen. Oh Mann, wie das stinkt! Hm, sehr lecker! Mist, der Köter könnte Probleme machen. Ja, knall mal ab und fertig. Ah! Scheiße! Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um! Schauen wir doch mal! Hatschmar, o ist ein Fluch normal! Acht, Hatschmar, o ist ein Fluch normaler! Ah... Oh das ist mein Geist Ich weiß nicht, was ich nicht mal gewechselt, Ist da jemand? Legt ihn um, Idioten! Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Was? Oh, Leute, wirklich. Muss ich da noch mal hinfahren? Ach, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ey, echt jetzt? Muss ich da noch mal hinfahren? Ist doch wohl Schwachsinn, oder? Nee. Aber na gut, dann fahren wir da halt noch mal hin. Kann ja nicht verwechseln. Da müssen wir wieder folgen. Lukas Wagen? Na, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran. Sonst zieht Luca mich. Ja, das finde ich ein bisschen doof, dass ich das alles nochmal machen muss. Aber naja. Machen wir es halt nochmal. Mal. Mal. Untertitelung. BR 2018 Ich will aber gleich ein bisschen aufpassen, wenn ich da aus der Kanalisation komme, dass ich nicht von dem Hund da erwischt werde. Wohin fährst du, Luca? Nach Riverside? Vielleicht zu Bruce Keys Schrottplatz? Nein, Mike hat mit so einer Scheiße nicht am Hut. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Okay, ich muss unbemerkt da rein. Die Kanalisation, das könnte klappen. Schätze, das kann ich aufbrechen. Na, mach doch mal. Na, geh. Oh Mann, wie das stinkt. Geh weiter, komm. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Scheiße. Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Ich muss mich da gleich unbedingt verstecken. Ich habe es gleich keinen Bock, den ganzen Scheiß normal zu machen. Weil es unnötig ist. Also, versteck dich da. Okay. Verdammter sind sie. Jetzt kriege ich dich, du kleiner Scheißkerl. Okay, ich bin drin. Scheiß. Ja, was im Teufel ist hier los? Sieht nicht so aus, als ob Tony... Wer ist der Kleine da? Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Ich brauch doch nur eine, reg dich ab. Wir haben geschuht. Legt ihn um, Idioten. Scheiße, Mann. Ich habe mich verraten. Okay, Gott sei Dank brauche ich nicht noch mal. Okay. Ich will mal ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ich hoffe, der Boss weiß, was er hier weiß. Natürlich weiß der Boss, was er hier weiß. Das mache ich ja, du voll Idiot. Was ist denn das hier? Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Ich rauch doch nur eine, reg dich ab. Ach, den Spruch kenne ich schon. Ich habe keine Lust. Ich komm gut. Du bist versteckt. Ich finde, ich stehe nicht so aus. Ich habe keine Lust auf. Ich habe nichts mehr. Ich habe keine Lust. Nein, das war kein Schwein. Das klang mir nach... Scheiß in den Ohren. Das war ein Schwein. Hör nicht hin. Ja, aber... Muss man dir alles zweimal sagen. Halt's Maul und geh wieder an die Arbeit. Oder das bleibt nicht das einzige Schwein. Also, du willst immer noch kündigen? Vielleicht nächsten Monat. Was machst du denn da? Ich hab mir überlegt. Vielleicht, wenn ich's gucken. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Aber ich hab erst die Hälfte von... Muss ich jetzt nochmal sagen, Schichtwechsel. Verpisst euch von hier. Okay, soll mir recht sein. Ah, die Klappe. Gehen wir. Ja, die Klappe. Okay. 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 Ich bin ein Fortschritt. sind da drin glaubt ihr ich weiß nicht von dem stoff und wo ihr das geld dafür hattet felca und hält sich für so schlau aber damit kommt er nicht durch wie habt ihr das zeug in die staaten ich weiß überhaupt nicht ich bin nur ein buch also bloß nicht mich für dumm zu verkaufen sollst du so gehen wie dein kumpel hier da schau ihn dir gut an glaubst du du bist haben nehmt als er wenn wir mit euch fertig sind dann drehen wir euch durch eine der maschinen hier ich muss mir nur gut überlegen ob ich so nett sein soll euch vorher euer verdammtes licht auszuglasen was ist das für ein ekelhafter gestank hey wer ist denn lassen was bist du für einer spielt das wandelnde scheißhaus hier den helden oder was halt die fresse luca hey dich kenne ich doch klar du bist doch der kumpel von diesem schwachkopf barbaro ich hab gedacht du sitzt noch im knast was soll das hier werden wenn es fertig ist kleiner weil kaum schickt mich es gefällt ihm nicht dass irgendwelche schwanzlutscher seine jungs zu hackfleisch verarbeiten wollen du gehörst jetzt also zu velcone herzliches beileiden hier fehlt der durchblick sonst wäre dir klar dass du im bau wesentlich besser aufgehoben warst aber das ist jetzt sowieso egal ein der in ja 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 Das war's, Sammy. das war nicht gut nicht so zimperlich ja nicht aufgepasst da ist nicht aufgepasst wieder nicht aufgepasst ja da komm her das hat weh getan da komm schon Dreh ihn zum Scheißkraken um Sam Kannst du machen los Sammy nicht so zimperlich was was ja jungs macht ihn fertig ja alles klar muss ich erstmal gucken ihr habt euch mit den falschen angelegt Arschlöcher du hast was gut bei uns hat dich er die geschickt scheiße armer frank ich bring den Hurensohn um ich mach das schon beans bleib hier und rühr dich nicht vom fleck bis wir dich holen in ordnung in ordnung aber vergesst mich nicht nachher freunde vorsicht der hat eine Knolle leck mich daneben los Arschloch ping opster 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 hallo hehehe einer ist weg wo ist ja noch einer da ist der ok du dummer Sack wo kam die denn her wer wisst sich in die Hose bis ich mit ihm fertig bin ja da glaube ich aber auch ja rate mal wer als nächster dran ist zu spät da kommen sie ich gehe rein gib mir Deckung ich kann dich sehen du Arschgeige ich kann dich sehen du Arschgeige aber da habt ihr drei mal im Kopf gesessen der hat gesessen der hat gesessen wo kommen die denn alle her wo kommen die denn alle her alles klar hat Spaß gemacht jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher ja ja das schaffen wir auch gemacht lass mich rein das ist doch natürlich auch scheiße scheiße so kriege ich die Tür nicht auf ja wir brauchen etwas schweres ein Rambock oder so ich hab's wir nehmen die Karre verfluchter Hohenzong ich drehe dem Scheißkerl eigenhältig den Hals um ja gut hältst du dich für verdammt schlau hältst du dich für verdammt schlau was na los dann komm doch her scheiße was macht der Wichser da drüben scheiße komm her du Wichser verschwinde du Arsch ich prügel dir jeden Knochen aus dem Leib du kleiner Schwanzlutschender Hurensohn die Grupparbeit ist erledigt ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm bevor ich ihm den Rest gebe brauchst du dabei danke für die Einladung aber ich verzichte haha dich ekelst vor Blut nein mich ekelst vor Luca kann ich verstehen aber da entgeht dir was gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden ah warte Eddie wollte dass ich mich um ihn kümmere mach dir deswegen keine Gedanken so wird's nur ein bisschen länger dauern dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient ich schätze da hast du recht ich ähm geh mich mal waschen ich stink ja schlimmer als nicht auch sag Eddie dass er Luca abhaken kann hey Beans mach die Tür auf es ist alles vorbei du du lebst noch ja was hast du erwartet hilfst du mir unserem Freund Luca zu verarzten bevor wir uns von ihr verziehen eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht und so sieht's aus Leute also wir treffen uns mit Eddie im Falcone oder im Falcone aber das wär's beim nächsten Mal also macht's gut bis dann ciao 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 ciao